So, und nochmal zurück. Kleiner Rückblick in unser Mieze. Besser gesagt Kater, immer noch. Schick mich ruhig mal über dich lang. Ich wundern, ich muss mal wieder die Schärfe einstellen. Ihr könnt ja bei Youtube auf HD wechseln, das hilft manchmal ein Wunder. Kann schon flinken, Kleiner. Du darfst sie ganz so schnell machen, kannst ja auch mal so unter der Behne verschwinden mit dem Draht, das ist ganz lustig. Guck mal. Ja, genau. Aber ich seh grad... Ja, ja. Kannst du ihn dann nochmal versuchen zwischen der Behne zu legen? Vielleicht klappt das ja nochmal. Gucken wir mal. Wir haben hier nochmal. Es gibt einen Daumen, es gibt einen Daumen. Mach es wieder! Mach es wieder! Hach! Mach es wieder! Na gut, soviel dazu und bis zum nächsten Video.